Jetzt heißt es wieder Dalli Dalli. Heute spielt das Team Auftritt mit Andi Borg und Ina Atterlein. Geben das Team Aufschlag mit Sabine Lisicki und Oliver Pocher. In Runde 2 treten an das Team Anziehungskraft mit Thomas Heinze und Mariella Ahrens. Und das Team Ansage mit Camilla Senjo und Werner Schulze-Erbel. Und jetzt geht es los. Und hier ist ihr Gastgeber Kai Pflaume. Herzlich Willkommen auch bei uns im Studio. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich Willkommen unsere beiden Teams und Herzlich Willkommen unseren Schiedsrichtern Deborah Josen, Karl und Jan Hofer. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Das ist Spitze. Hier bei uns im ersten Donnerstagabend, so wie früher. Dalli Dalli Tag. Und auch heute Abend spielen wir natürlich wieder zugunsten der Hans-Rosenthal-Stiftung. Alle Punkte, die hier spielt werden, werden in Euro umgerechnet, gehen an unverschuldet in notgeratene Familien. Und wir hoffen, dass viele Punkte zusammenkommen und dass sie sehr viel Spaß haben werden mit unseren Teams. Und los geht es mit dem Team Auftritt. Das antritt in der ersten Runde gegen das Team Aufschlag. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr auf euch. Und ich freue mich sehr auf die erste Runde. Es ist natürlich eine Schnellrate-Runde. Hier wird ja alles auf Zeit gespielt. 30 Sekunden habt ihr. Ihr bekommt jetzt gleich ein Thema von mir vorgegeben. Ihr wisst aber, dass ich ein Wiener bin. Ja. Das widerspricht sich mit der Schnellrate-Runde. Ja, ja, ja. Aber du hast den nötigen Schmäh. Das weiß ich. Und die Erfahrung, weil du warst ja sogar schon mal bei Hans-Rosenthal dabei. Ja. Ja. Also, es geht um Folgendes. Wir wollen von euch wissen, was habt ihr im Badezimmerschrank? 30 Sekunden. Andi beginnt. Immer abwechselnd. Dalli, Dalli. Eine Rasierklinge. Parfum. Ein Deo. Shampoo. Ein Deo-Spray. Duschgel. Ein Deo-Roller. Klopapier. Eine Seife aus dem Hotel gestohlen. Putzzeug. Und ein Duschgel von... Darf ich nicht sagen? Bademantel aus dem Hotel gestohlen. Ich habe den anderen, den blauen Bademantel aus dem Hotel gestohlen. Der ist kürzer. Handtücher. Klären, was ich gesagt habe. Mir sowieso nicht, wenn unserem Schiedsrichter-Team. Und das hat, glaube ich, ein bisschen was zu tun. Aber hallo, wir haben eine Menge zu tun. Also, Deo ist Deo. Deo-Roller, Deo-Spray und Deo ist alles dasselbe. Zwei Deos werden abgezogen. Und einen Bademantel werden wir knallhart streichen. Egal, welche Farbe er hat. Egal, ob kurz oder lang, wienerisch oder deutsch. Es spielt keine Rolle, wo er herkommt. Reiz ihm ab. Ach nee. 16 bleiben übrig. Ja, aber das ist gut, das ist gut. Keine Frage. 16. Nächste Runde. So, auch für euch. 30 Sekunden, abwechselnd antworten. Olli beginnt. Natürlich eine neue Situation. Ich hoffe, ja. Aber es sollte euch leicht fallen. Stellt euch vor, ihr seid bei der Paartherapie. Ja. War das jetzt schon? Wir möchten von euch wissen, worüber streitet ihr bei der Paartherapie. 30 Sekunden habt ihr Zeit. Olli beginnt. Dalli, Dalli. Sex. Tennis. Fußball. Urlaubsort. Badminton. Stüge. Frisur. Anziehsachen. Zähne. Schuhe. Hose. Frisur. Augenbrauen. Ohrringe. Brüste. Hose. Geschlechtspartner. Gürzel. Geschlechtskrankheiten. Kondome. Ja, jetzt auf einmal. Das ist nicht gut, meine Damen und Herren, wenn Sie für dieses Niveau Spitzepunkte vergeben. Das ist kein guter Einstieg in die Sendung, aber Sie sagen, Sie sind der Meinung, das war Sitzepunkte. Okay. Es war sehr spannend, mal ein bisschen Einblick in das Leben von Frau Isicki und Herrn Bocher zu bekommen. Ja, Herr Bocher. Es hat ein bisschen gehakt, solange Olli versucht hat, seriös zu bleiben. Ja, ja, ich weiß es. Aber dann lief's. Ja, lief's ganz gut. Also die Hosen und die Frisuren waren doppelt, da ziehen wir zwei ab und dazu kommt ein Spitzepunkt, also einer wird abgezogen. Genau, also 18 wären es von den Begriffen gewesen, Spitze wieder obendrauf. Heißt 19 Punkte für euch. Damit liegt ihr leicht in Führung. Aber das kann sich gleich wieder ändern, denn wir kommen direkt zu unserem ersten Aktionsspiel und wir spielen jetzt Topf über. Kommt mit, wir gehen rüber. Kommt ihr auf meine Linke. Komm einfach durch. Andi, komm. Es ist ja verrückt, ne? Wir befinden uns ja mitten in einer Großstadt und der Platz wird ja nicht mehr, aber man versucht natürlich auch auf kleinster Fläche, im kleinsten Raum, heutzutage Blumen zu züchten, Gemüse anzubauen und so haben wir uns hier in unserem kleinen Wintergarten für hängende Pflanzen entschieden. Leider Gottes ist im Moment gerade die automatische Bewässerungsanlage kaputt. Deswegen müsst ihr jetzt dafür sorgen, dass die Pflanzen auch genügend Flüssigkeit, sprich Wasser bekommen. Denn nur wenn sie genug Wasser bekommen, dann blühen sie auch. Aha. Jedes Team hat 60 Sekunden Zeit, unseren kleinen mobilen Brunnen hier in Gang zu setzen und damit dann die entsprechenden Blumentöpfe, die sich langsam nach unten bewegen, zu bewässern. Ah, okay, es geht in der Schiene. Ja, ja, genau. Und wenn die genug Wasser haben, dann kommt die Blüte raus. Den kann man hin und her schieben. Ach, dann müssen wir da drunter schieben. Ja, ihr müsst den drunter schieben. Wie weit kann das spritzen auch so? Ne, ne, das geht nur hoch. Okay. Also, Jan Hofer fasst das nochmal zusammen in Kurzform. Das Spiel heißt Topf über und die Spieler haben 60 Sekunden Zeit, Pflanzen zu bewässern, indem sie einen Wasserstrahl zur Pflanze hochpumpen. Die Hände bedienen ausschließlich die Wasserpumpe. Für jede geöffnete und damit vollständig bewässerte Blume gibt es einen Punkt. So, Andi und Pina beginnen. Ihr könnt euch das also einmal anschauen. Wohin? Ihr könnt da rüber. Guck mal, da haben wir zwei Plätze. Andi? Ja. So, da rein schlüpfen. Ach, schön. Pina, darf ich? So viel zu Bademantel, jetzt Regenmantel. Du hast doch bestimmt irgendwo im Norden auch schon mal von einer Sturmflut berichtet. Ich wurde noch nicht festgebunden, das gibt es auch, dass man festgekettet wird. Soll ich hier noch ein bisschen die Kapuze, dass du auch noch was siehst während des Spiels? Das ist gut, danke schön. So bin ich. Also, Spiel verstanden. Ihr pumpt, ne, gemeinsam, sodass das Wasser hoch genug geht. Also, wir schieben es da hin und da drunter. Und ihr seht dann immer, an verschiedenen Stellen kommen die Blumentöpfe runter, dann müssen sie bewässert werden. Okay. Ja, und ihr schiebt das natürlich wild hier hin und her, sodass ihr immer unter den jeweiligen Topf kommt. So. Ich fühle mich gerade eher wie ein Schlachter. Bitte? Ich fühle mich wie ein Schlachter. Ja. Ein Schlachter? Ja, so, so, so. Als wenn ich irgendwie... Ach so meinst du, so vom Outfit her. Okay, seid ihr bereit? Ja. 60 Sekunden, Topf über, Dalli, Dalli. Da, da. Da hinten, hier. Und los und pumpen, schon mal pumpen, 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 pumpen. Gebt Gas. Ja, sehr gut. Und da vorne, da vorne. Das ist ein Tempospiel. Sehr gut. Und da hinten. Und weiter pumpen. Weiter pumpen. Und hier. Das ist schon Topf Nummer vier. Und hinter Pina. Hinter Pina ist der Nächste. Nein, 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 nein. Nein, man fährt sich nach. Das macht ihr wunderbar. Und andere Seite. Das sind noch 15 Sekunden. Und weiter, 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 weiter. Und hier vorne in der Mitte. Einer geht noch, kommt. Den schafft ihr noch. Jawohl. Sensationell. Applaus. Sensationell. Mein ganz großen Respekt. Sensationell gemacht. War es anstrengend? Ja. Ja. Doch. Ja, ja. Man muss sich doch ein bisschen bewegen. Wir zählen mal, wie viele Töpfe ihr erfolgreich bewässert habt. Wir fangen hier vorne an mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht sind es geworden. Ja. Acht Töpfe, gleich acht Punkte. Wir wechseln einmal die Teams. Sabine und Olli. Gleiches Spiel, nächste Runde. Diesmal mit euch. Schön pumpen. Dann geht das Wasser auch hoch. Aber einen kleinen Moment noch warten. Ich starte auch eure Runde, 60 Sekunden mit Dalli, Dalli. Hier. Und mit einer 1a Vorhand. Und da geht es weiter. Immer schön den Wasserstrahl oben behalten. Sehr gut. Und der vierte da kommt. Der fünfte hinter dir. Sehr gut, Sabine. Fünf, vier. Und Topf Nummer sechs. Und hier vorne, hier vorne. Gas geben. Noch 20 Sekunden. Und hier. Hier, 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 hier. Da. Da. Noch fünf. Den habt ihr noch. Komm, der geht noch. Ja. Ja. Jetzt kommt der mit, wenn ihr wollt. Sie sind der Meinung, das war... Spitzel. Ich freue mich ja jetzt schon, wenn das mit dem Spitze auch endlich auf den Tennisplätzen Einzug hält. So nach einer schönen Vorhand. Sie sind der Meinung, das war... Spitze! Und das ganze Publikum springt auf. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Blumentöpfe! Gleich zehn Punkte! Kommt ihr einmal dazu? Dann gucken wir mal auf den Zwischenstand. Es ist ja nur ein Zwischenstand, Kina und Andi. Wir gucken... Ach, guck mal hier, da sehen wir noch eine Zeitlupe. Kämpferblick. Gucken wir auf die Punkte. Für Pina und Andi. Für das Team Auftritt sind es 24 Punkte. Ja, acht Punkte bei diesem Spiel dazu. Und zehn Blumentöpfe plus Spitze macht elf. Für das Team Aufschlag sind es... Insgesamt 30 Punkte. Brav! Vorsprung ein bisschen ausgebaut. Ich glaube, die Regenmäntel könnt ihr ablegen. Schade. Für den weiteren Verlauf des Spiels. Nichts, wir legen sie hier drüber. Man weiß es nicht. Du hast mir auch was abbekommen. Das macht nichts. Danke, dass du dich um mich sorgst, Kina, aber das ist nicht so schlimm. Wir kommen nämlich jetzt gleich zum nächsten Spiel. Und das ist ein Spiel, das nicht nur ihr gerne mögt, das weiß ich, sondern eben auch unser Publikum. Wir spielen jetzt Dalli Klick. Guck mal. So, ihr nehmt wieder Platz. Wir haben für euch wieder ein paar Fotos durch den Schredder gejagt, die wir euch dann jetzt in Einzelteilen präsentieren werden. Wir beginnen mit dem Team Auftritt. Das Spiel zuerst. 45 Sekunden habt ihr für diese Spielzeit. Für jedes richtig erratene Bild gibt es zwei Punkte. Und ihr könnt zusammen einfach durcheinander raten, was euch dazu einfällt. Wir sehen es da. Hier seht ihr die Bilder. Wir drücken euch die Daumen. Und ich sage, und startet das Spiel. Nein, ihr müsst nicht drücken. Einfach nur reinraten. Wir starten das Spiel. Hier sind eure Bilder. 45 Sekunden. Dalli, Dalli. Was sehen wir da? Eine Wiese, ein Igel. Igel, richtig. Süße, Schokolade, Kaffee, Schokolade. Schokolade, stimmt. Schokolade ist richtig. Ein Mann. Ja, ist das. Mit Segelohren. Fußballer. Schmeidi. Ja, richtig. Sehr gut. Und weiter geht's. Platz, 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 Platz. Richtig, nicht nachlassen. Rassenmeer. Schubkarre. Schubkarre, stimmt. Jawohl. Mordelume. Nein, Dingskäfer. Marienkäfer, stimmt. Dingskäfer. Das war ein Dingskäfer. Schiebel, Knoblauch. Knoblauch, stimmt. Knoblauch. Toaster, Toaster, Toaster. Toaster, Toaster, Toaster. Jawohl. Stethoskop. Stethoskop war doch dabei. Jawohl. Ich wusste es. Ich wusste es. Sie sind der Meinung, das war... Stethoskop. Scheiß Anziehungskraft. Gut, gut, gut. Ich bin auch gesprungen. Ja? Ja. Aber ich habe das Problem, so heißt dieses Team da drüben. Ja, ich habe es aber gemerkt. Hier vorne, als du da wieder aufgekommen bist. Ja, das kann ich. So, wir gucken auf die Punkte. Es waren neun Bilder, die ihr richtig erraten habt. Unglaubliche neun. Das sind 18 Punkte plus Spitze macht 19 Punkte in dieser Runde für euch. Sehr gut. Aber wie ich das Team Aufschlag kenne, wird es versuchen, das jetzt noch zu überbieten. Deswegen haben wir andere Fotos für Sie, aber auch 45 Sekunden. Schweini, Marienkäfer, Toaster, Knoblauch. War schon. Auch für euch starten wir Dalli-Click mit Dalli-Dalli. Ananas. Ja. Nashorn. Elefant. Ja, richtig. Telefon. Telefon. Ein altes Telefon. Weiter geht's. Zirkus-Tel. Ja, stimmt. Wer ist das? Eine Frau. Ja, aber welche? Heidi Klum. Nein. Céline Dion. Nein. Jennifer Lopez. Julia Reimann. Ja. Kacke. Ja. Was ist das? Hier, eine Seiwan. Ne, was ähnliches. Skilift. Ja, stimmt. Skilift. Werbflasche. Ja. Eine Bank. Eine Bank. Das ist eine Bank. Das ist eine Bank. Ja. Ich frage nochmal nach, aber ich glaube, die Bank war kurz. Die war nicht mehr drin. Die war nicht mehr drin. Die war ziemlich weit draußen. Nach der Finalsirene. Also es waren sieben Fotos für euch. Damit 14 Punkte. Und wir haben einen neuen Zwischenstand. Ach Mist. Es sind fürs Team Auftritt 43 Punkte. Und fürs Team Aufschlag 44 Punkte. Ganz knapp. Ja, der Vorsprung ist ein bisschen zusammengeschmolzen. Habt ihr richtig gut aufgeholt. Und es geht weiter. Wir spielen unser nächstes Spiel. Wir spielen die Dalli Dalli Tonleiter. Kommt mit rüber. Die Tonleiter. Ich darf euch schon mal diesen geben. Kommt ihr hier auf diese Seite. So, wenn ihr noch nicht rauf, Pina, kommt neben mich, kommt zu mir. Ich erkläre euch, worum es geht. Das ist eine Fragerunde. Es gibt offene Fragen. Jedes Team hat einen Buzzer. Wenn ihr glaubt, die richtige Antwort zu können, dann drückt ihr diesen Buzzer. Das Team, das schneller gedrückt hat, sieht das daran, dass ein Licht angeht und dieser wunderbare Ton erklingt. Nur dann solltet ihr auch antworten, weil sonst sagt ihr ja im Zweifelsfall dem anderen Team vor. Ist die Antwort dann richtig, gibt es einen Punkt, ihr dürft eine Stufe rauf. Ist die Antwort falsch, darf das andere Team eine Stufe rauf. Ihr wisst, was ihr zu tun habt? Ja. Alles klar. Einfach falsch antworten. Okay, alles klar, dann machen wir das. Alles verstanden. Falsche Antwort geht es aber auch nicht wieder eins runter. Nein. Nein. Das Team, das zuerst oben angekommen ist, gewinnt die Tonleiter. Acht Stufen sind es nach oben. Für jede Stufe gibt es am Ende zwei Punkte. Beim anderen Team hängt es natürlich davon ab, wie weit ihr gekommen seid. Seid ihr bereit? Ja. Dann folgt jetzt die erste Frage. Und ich starte die Tonleiter mit Dalli. Dalli. Welchen Namen trägt in der Bibel der erste Mensch? Adam. Ja. Na dann eins rauf. So schnell geht es. Frage zwei. Wie nennt man ein Selbstporträt, das man mit dem Handy macht? Welcher Gegenstand gibt im Märchen Schneewittchen? Spiegel. Auskunft nach der Schönsten im Land. Der Spiegel, das stimmt. Ich kenne das Märchen gar nicht und du kennst die auch immer. Welche Euro-Banknote ist blau? 10,20 Euro. 20 Euro. Das stimmt. Eins rauf. Das ist für eine 100er. Welcher europäische Flughafen wird mit den Buchstaben AMS abgekürzt? Amsterdam Skippo. Das stimmt. Amsterdam, richtig. Ich folge dir. Welcher. Du musst ihn einfach kneifen, wenn er drücken soll. Welcher deutsche Sportler verteidigte bei der Leichtathletik EM 2014 seinen Titel im Diskus werfen. Jawohl. Richtig. In welcher Komödie von 2013 spielte Elias M. Barek? Ich darf das mal im Fernsehen sagen. Fuck you, Goethe. Fuck you, Goethe. Jawohl. Den Aushilfslehrer Zeke Müller. Hier liegt eins vorne im Moment, aber das heißt noch nichts. In welcher Hansestadt befinden sich Holzentor und Buddenbrockhausen? Lübeck. So langsam gedrückt. Lübeck stimmt. Wen ernannte Angela Merkel Ende 2013 zu ihrem Vizekanzler? Gabriel. Sigmar Gabriel, das stimmt. Es tut mir leid. Ich sag jetzt nicht kurz. Nein, bitte. Bitte. Man muss sich für sein Wissen nicht schämen. Welches Seegebiet ist berüchtigt für mysteriöse Schiffs- und Flugzeugen? Somalia. Was? Fast. Ja. Da war ich noch nicht ganz am Ende der Frage. Für mysteriöse Schiffs- und Flugzeugkatastrophen. Die richtige Antwort wäre gewesen, Bermuda-Dreieck. Ah, okay, verstehe. Aber in Somalia ist auch gefährlich. Ja, ja, genau. Ihr dürft eins drauf. Jetzt müsst ihr hier auf vollen Angriff spielen. Das ist richtig. Denn die nächste richtige Antwort von euch oder die nächste falsche Antwort von euch würde die beiden ja schon ganz nach oben bringen. Nächste Frage. Wie viele Mannschaften nehmen an der Endrunde der Fußball-Europameisterschaft? 24. Das stimmt. So was weiß doch kein Mensch. So ist dann einfach schon geil. Frage 13. Welcher südafrikanische Anti-Apartheid-Kämpfer? Nelson Mandela. Das ist richtig. Das ist richtig. In welchem Bundesland liegen die Städte Gera, Weimar, Thüringen? Ja. So, jetzt ist gut. Jetzt. Noch liegen sie ein Break vorne. Das ist richtig. Nächste Frage. Ja. Bin gespannt, wer das weiß. In welcher Roman-Trilogie geht es um die Affäre einer Studentin? Fifty Shades of Grey? Hä? Fifty Shades of Grey? Fifty Shades of Grey. Ich habe noch nie davon gehört, aber das stimmt. Das ist richtig. Das stimmt. Und damit hat das Team Ansage die Tonleiter gewonnen. Das sind acht Stufen A2-Punkte und ihr habt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stufen A2-Punkte. Das heißt, zwölf Punkte für euch und 16 für euch. Kommt nach unten. Es ist noch alles im machbaren Bereich. Kommt zu meiner Rechten. Debbie und Jan haben mit Sicherheit ganz intensiv und aufmerksam. Aber wie, das Team Auftritt geht leicht in Führung mit 59 Punkten. Und das Team Aufschlag? Liegt nur knapp dahinter mit 56 Punkten. Also drei Punkte, während es die ihr aufholen müsst, um zumindest mal zu einem Unentschieden zu kommen. Und drei Punkte sind drin, aber natürlich auch mehr als die für euch. In unserem zweiten Aktionsspiel in dieser Runde das letzte Spiel, das die Entscheidung bringt. Wir spielen Apfelspalte. Apfelspalte. Apfelspalten. Es ist ja jetzt wieder die Zeit. Weihnachten steht vor der Tür, Apfelpunsch, Bratäpfel, kandierte Äpfel, Apfelmus ein bisschen mit Zimt. Die sind mir zu hoch. Die sind dir zu hoch, aber du kannst ja springen. Ich heb dich hoch. Okay. Ja, da gibt es immer etwas. Okay. Ja, da gibt es immer Hilfe bei uns. Es geht um folgendes. Wir haben eine besondere Dalli-Dalli-Technik entwickelt, um Apfelspalten herzustellen. Es geht folgendermaßen. Ihr nehmt, so hoch hängen die doch gar nicht. Ja, für dich. Ja, für dich. Ihr nehmt euch einen Apfel, legt diesen Apfel da drauf, legt auf den Apfel euren Finger, nehmt eure andere Hand zur Faust geballt und spaltet den Apfel. Können wir deinen Finger nehmen? Ihr könntet meinen Finger nehmen, aber es ist einfacher mit eurem eigenen. Da war schon ein Messer dran. Ja, wir sind hier nicht beim Stadel, hier ist alles echt. Okay. Andi, mit Verlaub, Riesenfan. Pass auf, so geht's. Am Ende zählt, wie viele Äpfel ihr gespalten habt. Ja. Jan und Debbie werden intensiv mitzählen. Wir haben extra einen Apfel-Aberkuss aufgebaut. In diesem Falle müsst ihr jetzt vorlegen. In diesem Spiel müsst ihr beginnen. Ihr könnt zusammenspielen. Ist ein Arzt hier? Da wird nichts passieren. Solange zwischen deinem Finger und der Faust ein Apfel ist und du den nicht da drauf legst, wird das nicht wehtun. Keine Sorge. Aber guckt euch das ruhig mal an. Wir gucken uns das mal an. Hier in dem Platz. Also den Finger, ich zeig's nochmal, den Finger oben da, wo sonst der Stiel ist. Ah! Und dann einfach draufhauen. Ah! Okay. Alles klar, bei halben Äpfeln funktioniert das nicht mehr. Aber bei Ganzen geht's gut. Also wir machen das zeitgleich. Ihr macht das zeitgleich. Und pro Apfel einen Punkt? Pro Apfel einen Punkt. Das ist ein Tempospiel. Jetzt geht's für euch um alles. Äpfel holen. Ihr könnt kreuz und quer laufen, wie ihr wollt. Jeder hat eine Seite. Und dann geht's dahin. Aber jetzt gibt's erstmal die offiziellen Regeln. Von ja. Ah, okay. Genau. Die Spieler haben 60 Sekunden Zeit, so viele Äpfel wie möglich zu spalten. Äpfel, die auf den Boden fallen dürfen, nicht wieder aufgehoben werden. Nicht wieder aufgehoben werden. Für jeden gespalteten Apfel gibt es einen Punkt. So, der eine ist ersetzt worden. Und muss man die auch spalten oder kann man mehrere bringen und dann... Nein, nein, nein. Immer einen holen, spalten und den nächsten holen. Also nicht erst die Äpfel hier hintragen und dann alles spalten. Gut. Ihr seid bereit? 60 Sekunden heißt es für euch. Apfel spalten. Dali, Dali. Sehr gut. Oh, nächsten. Es macht's. Ja. Eigentlich haben wir gedacht, die nimmt man aus dem Netz raus, aber es geht auch so. Das ist euer Spiel. Jawohl. Ich überlege mir gerade, was jetzt passieren würde. Ja, weiter geht's, Olli. Gas geben. Noch 15 Sekunden. Oh, weiter. Ah! Nein. Jawohl. Eins-Arschlag. Okay. Und aus. Die wichtigste Frage. Genießt das. Ihr habt's aber auch so krachen lassen. Sie sind der Meinung, das war... Es-Arschlag. Die wichtigste Frage von allen ist, Sabine, bist du unverletzt? Aber an der Hand, wo man schlägt, oder an der Hand, wo der Finger draufliegt? Beiden. Okay. Ihr habt das aber auch mit seiner sehr ureigenen Technik gemacht, weil man kann die Äpfel natürlich auch aus dem Netz herausnehmen. Nein. Aber das hätte ja Zeit gekostet. Aber das gibt eigentlich noch einen Punkt mehr, wenn man es schafft, den Apfel kaputt zu machen im Netz. Ja. Ihr habt ja einen Spitzepunkt dafür bekommen. Ja, das ist geil. Ich bin gespannt. Wir haben akribisch aufgepasst. Ja, ja. Und Debbie hat hier den Apfel-Aberkuss. Aber es ist in der Tat ein sensationelles Ergebnis. Wie viele Punkte es ist? 21 plus Spitze. 21 Äpfel plus Spitze 22 Punkte. So, und das ist jetzt... Ich glaube, ich sehe immer der Meinung, der Pocher könnte Haare spalten. Und das ist jetzt die Marke für Pina und Andi. Die wissen allerdings, ihr müsst natürlich die Äpfel rausholen, die Äpfel, ne? Ganz klar, ja, aus dem Netz. Aus dem Netz. Wir haben die bessere Reihe. Wir haben jetzt noch die andere Reihe. Alles wieder auf Anfang. Auch Kanna und Andi haben sich einen Matchplan zurechtgelegt. Ihr seid bereit. Finger zwischen Apfel und Faust. Und dann geht es ans Apfel-Spalten. Auch für euch. 60 Sekunden. Dalli, Dalli! Pina, 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 guck mal, hier, da reinlegen, nicht auf die Seite, die ist doch hart. Hau drauf, richtig. Richtig! Danke. Weiter geht's. Nimm ihn raus, das ist einfacher. Pina, du schaffst das. Ja, es geht doch. Hier, mach mal Sachen. So, nach. Der Tag ist verstanden. Ihr habt noch 15 Sekunden. Tut mir leid. Sehr gut, Andi. Hilfe, da läuft noch rüber. Wow, Andi, du bist super. Oh! Ein Schlagfeld. Ich kannte ja bisher nur Bum, Bum, Bina, aber jetzt haben wir auch noch Bum, Bum, Pina kennengelernt hier. Du hast am Anfang ein bisschen... Ich habe das falsch gemacht. Ich habe quasi nicht so, sondern so. Ja, das habe ich gesehen. Das ging gar nicht. Danke für das. Du hast ein bisschen viel Respekt gehabt davor. Ja. Aber du hast dich dann gut reingefunden in das Spiel, sodass ja doch noch ein bisschen was zusammengekommen ist. Oder, Debbie? Wie viele Äpfel hast du gezählt? Ich habe 15 gespaltene Äpfel gezählt. 15 gespaltene Äpfel für das Team Ansage. Jetzt müssen wir natürlich zählen. Kommt ihr dazu? Sabine und Olli, kommt ihr rüber? Dann gucken wir mal auf den Endpunktestand nach dieser ersten Runde. Ich denke nicht auf den Äpfel. Nein, natürlich nicht. Mühselig kaputt gehauen. Ja, dann machen wir noch was draus, das Team Auftritt ist mit 74 Punkten dabei. Das Team Auftritt hat 74 Punkte. Und jetzt geht es darum, welches Team zieht ins Finale ein. Den sehen wir in der großen Finalrunde wieder. Das Team Aufschlag, wie viele Punkte sind es? Das Team Aufschlag hat 78 Punkte. Im letzten Spiel alles rumgerissen. Sabine und Olli, das Team Aufschlag. Vielen Dank. Das sehen wir im Finale wieder. Dankeschön. Liebe Pina, lieber Andi, eure Punkte gehen nicht verloren, weil die rechnen wir ja in die Endsumme wieder ein. Ja, ja, absolut. Super. Danke, dass ihr dabei wart. Euch sehen wir im Finale wieder. Vielen Dank. Pina Atalay und Andi Gork, Sabine Lissik und Oliver Pocher. Und wir kommen zur Runde 2. Und das Team Anziehungskraft und das Team Ansage haben bereits Platz genommen. Herzlich willkommen im Spiel. Ich freue mich sehr, Werner. Vor allem auch, dass du dabei bist. So viele Gameshows selber gemacht. Heute bist du Kandidat. Ich glaube, das ist fast ungewohnt. Aber du wirst all deine Erfahrungen heute hier einbringen. Aber ihr wollt euch natürlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir starten auch bei euch mit einer Schnellrate-Runde. 30 Sekunden habt ihr Zeit. Ihr müsst abwechselnd antworten. Begriffe zu dem Thema, das ich euch gleich nenne. Bitte nichts doppelt. Macht keinen Sinn, weil würden wir eh wieder abziehen. Und es geht für euch um Folgendes. Für wen schwärmt ihr heimlich? Thomas beginnt. 30 Sekunden. Dalli, Dalli. Für meine Großmutter. Red Pitt. Für meine Mutter. Angelina Jolie. Für meine Schwester. Mein Großvater. Für meine Söhne. Oli Pocher. Für meinen Vater. Sabine Lizicki. Für James Dean. Roland Kaiser. Marlon Brando. Rod Stewart. Montgomery Cliff. Madonna. Liz Taylor. Elisabeth Taylor. Julia Roberts. Jawohl. Das war nicht so schlecht. Ihr wart auf so einem guten Pfad und dann habt ihr ihn doch erstmal kurzfristig wieder verlassen. War da irgendwas doppelt? Ja, Liz Taylor und Elizabeth Taylor sind zufälligerweise die gleiche Personen. Naja, aber man kann es ja mal versuchen. Ja, ich habe ja nach Richard Burton jetzt gewartet, aber der kam ja nicht. Richard Burton wäre gut gewesen. Elisabeth Taylor war doch nicht. Ja, Liz Taylor und Elizabeth Taylor ist leider das Ende. Ah, du hattest das alles heller gesagt. Kamila. Okay. 18. Wie viel haben wir denn? Ihr habt jetzt noch 18, weil wir einen abziehen mussten. 18. Sehr guter Einstieg für euch. Kamila, naja. Ja. Jetzt wird es brisant. Wir wollen von euch wissen, was tut ihr gegen einen Kater? Der berühmte Kater am nächsten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen hattet. Wir wollen von euch wissen, was tut ihr dagegen? Werner beginnt. 30 Sekunden. Dalli, Dalli. Lass Wasser trinken. Kost, was Tablette. Heißen Tee trinken. Wollmops essen. Laufen. Pudding essen. Joggen. Schlafen. Walken. Sport machen. Ausschlafen. Tennis spielen. Fußball spielen. Schlittschuh laufen. Hockey spielen. Rollstuhl laufen. Dann muss ich Handball spielen. Gibt es noch Freundinnen treffen. Kegeln. Fernsehen. Auf dem Sofa noch mal liegen. Sex. Schach spielen. Nochmal Sex. Mama auch spielen. Ja, und Romy spielen. Buch lesen. Monopoly spielen. Krimi schauen. Und dann gucke ich auch noch. Dalli, Dalli schauen. Rit. Okay. Füße in der Meinung. Das war es. Sensationell habt ihr das gemacht. Ja, wir wollen ja den Werner nicht unbedingt in Gefahr bringen. Zweimal Sex hat. Und vor allen Dingen das nach so einer harten Nacht. Mann, das sage ich dir. Und joggen und laufen, würde ich auch mal sagen, ist das Gleiche. Da ziehen wir zwei ab. Okay. Alles klar. Zwei ziehen wir ab. Es bleiben 29 übrig. Das wird alles. Oh. 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 Es ist der Größte. Ein Dreamteam. So. Gleich kommen wir zum ersten. Wir müssen noch einen Punkt für Spitze dazunehmen. Ja, einen Spitzenpunkt dazunehmen. Ja. 29 abgezogen plus Spitze 30. So. Nach dem ersten Spiel 30 zu 18 fürs Team Ansage. Aber jetzt werden schon die nächsten Punkte vergeben. Im ersten Aktionsspiel in der zweiten Runde. Komm mit, wir spielen Mäusepolizei. Jetzt aber. Ach. Gut. Oh, jetzt wird guck mal hier mit Mäusefallen. Ihr wisst ja, die Sendung mit der Maus hat ja am ersten deutschen Fernsehen ihr Zuhause und damit stehen Mäuse quasi im ersten auch unter Artenschutz. Deswegen unsere Dalli-Dalli-Mäusepolizei, die jeden Angriff auf diese kleinen grauen Freunde, die wir haben, natürlich vehement abwehrt. Das heißt, wenn irgendjemand versucht, irgendwo Mausefallen zu platzieren, wie hier in diesem Falle, dann räumen wir von der Dalli-Dalli-Mäusepolizei, also ihr, die sofort wieder weg. Okay. Der einzige Haken an der Geschichte ist, die Dalli-Dalli-Mäusepolizei operiert ohne die Zuhilfenahme der Hände, sondern nur mit Hilfe der Mausefallen-Sammelgeräte. Ach du Scheiße. So, ihr nehmt also ein Mausefallen-Sammelgerät. Das ist doch gefährlich. Ohne Mist. Also die Nase ab. Nein. So, dann sammelt ihr die Mausefalle ein und packt sie hier in den Koffer. Und dann zählen wir am Ende, wie viele Mausefallen da im Koffer gelandet sind. Ich glaube, ich habe einen Schmiss. Wirst du? Habe ich doch gesagt. Das ist gefährlich. Nein, war nur ein Spaß. War nur ein Spaß. Ja, also so geht's. Keine Hände. Okay. Aufteilen. Ja, und damit ihr euch auch wirklich fühlt wie Mäusepolizisten, haben wir euch hier auch noch was Schönes vorbereitet. Oh Gott. Thomas, du hast schon so viele Rollen gespielt. Ja. Du warst sogar schon eine Frau. Ach so, zwei Sakkos übereinander. So. So. Du bist ja eh so ein Typ, der alles tragen kann. Ja. Danke. Das ist sehr fällig. Ja. Und damit ihr auch die Hände auf dem Rücken behaltet, schön einfach hier hinten zusammenhalten. Ich mache sie nicht zu. Ja, ja. Aus Sicherheitsgründen. Davon kommt sie, oder? Nein, wirklich nicht. Wir machen sie nicht zu. So, Camilla und Werner, ihr könnt hier rüberkommen. Warum? Ihr könnt euch das erst mal anschauen. Ja, ja, genau. Ich nehme das ab. Danke. Ich mache es zu. Warum aus Sicherheitsgründen nicht zu? Na ja, falls du fällst und du hast die Hände auf dem Rücken. Siehst du mich fein. Na ja, das könnte ja passieren. Okay. Man weiß es nie. Karneval. Jan, willst du nochmal die Regeln ganz kurz? Die Spielregeln für die Mäusepolizei. Die Mausefallen müssen mit der Kette im Mund gefangen werden. Das Benutzen der Hände ist nicht erlaubt. Und fällt die Mausefalle beim Transport herunter, darf sie auch nicht wieder aufgenommen werden. Jede entschärfte und eingesammelte Mausefalle bringt einen Punkt. Alles, was um den Koffer herum ist. Ja? Ganz hinten, ich würde es zum Schluss öffnen. Wir haben nur einen Koffer, oder? Ja, nur den einen Koffer. Also, dahin zum Mäusepolizeiauto mit dem Mund die Kette schnappen. Du kannst es gleich probieren, du kannst es jetzt probieren, Mariella. 60 Sekunden, Dalli, Dalli. Von, Mariella, guck mal hier, da wo der rote Punkt ist. Und ein bisschen mit Schmack ist. Au, au, oh mein Haar hängt an. Du musst ein bisschen genau, so, ja, sehr gut. Super. Es läuft für euch. Shit, weg. Ich gebe zu, mit einer Kurzhaarfrisur ist man einem leichten Vorteil. Hoppala. Ja, hier, die gibt es näher stehen. Noch 10 Sekunden. Und komm, Mariella, eine geht noch. Da vorne die, ja, komm, komm, komm. Sehr gut. Hey, super gespielt. Die Mütze rutschte runter, die Haare hängen drauf. Du hast das unter erschwerten Bedingungen gespielt. Die Mütze rutschte, die Haare hängen in der... Und du hast dich heimlich noch hier irgendwie selber verhaftet? Ich kann's nicht widerstehen. Du bist aber auch einer. So, jetzt gucken wir mal, was sich hier im Koffer abspielt. Jetzt zählen wir mal. Das ist eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Mausefallen sind acht Punkte für euch. Applaus für diese Leistung. Danke. Sind jetzt wenig irgendwie, aber... Genau. Ja, sehr gut. Keine Angst, Camilla. Ah, knapp daneben. Tiefer, Werner, tiefer. Vorne auf den roten Punkt, Werner, auf den roten Punkt. Ja, ah, nächste, da die nächste nebendran. Nebendran, da vorne, die ist schon fertig. Ja. Da steht noch eine. Komm, hier, 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 hier. Sehr gut. Und rein in den Koffer. Oh, da war ich schon drauf. Kommt mal, ganz schön außer Puste, ne? Ja. So. Aber Spaß macht's. Ach klar. Total. Das ist das Wichtigste. So, wir zählen mal, wie viele Mausefallen erst bei euch geworden sind. Ich habe hier im Koffer eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Applaus auch für euch. Danke. Sieben Punkte. Na ja. Na ja. Wir schauen mal auf den Punktestand, auf den Zwischenstand. Nach der Schnelleraderunde und dem Aktionsspiel. Wir haben für das Team Anziehungskraft insgesamt Sensationelle 26 Punkte. Applaus Ah, sensationell. Und für das Team Ansage haben wir 37 Punkte. Wow. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ja, ja, ja. Und es gibt jetzt schon die nächsten Punkte, die man auf sein Konto spielen kann. Denn auch mit euch spielen wir eine schöne Runde. Dalli, klick. Oh ja. Ja. So. Wir spielen Dalli, klick. Ein Spiel, was im Übrigen seit 1975 fester Bestandteil dieser Sendung ist. Oft kopiert, nie erreicht. Wir spielen mit euch das Original. Das Team Anziehungskraft beginnt. 45 Sekunden habt ihr Zeit. Zwei Punkte für jedes richtig erkannte Foto. Wir dürfen aber auch falsch sagen. Ihr könnt einfach sagen, was euch einfällt, was ihr glaubt zu sehen. Hier kommen die Bilder. Thomas. Ach klar. Ja, das ist einfacher. Ich dachte, ich habe es eher. Nein, da ist es deutlich schöner. Dann sehen wir dich auch beim Raten. Wir spielen Dalli, klick. Und ich starte die Runde mit Dalli, Dalli. Was ist das? Eine Waffe. Ja. Lampion. Ein Grasflugger. Ah, ein Chameleon. Chameleon, stimmt. Gartromhalter. Messer. Ein Zirkel. Zirkel, ja. Lokomotive. Ja, Dampflok, Lokomotive, stimmt. Kann natürlich nur Mannacke. Äh, äh, äh. Sänger. Wie heißt sie denn? Tina Turner. Tina Turner, genau. Was ist das? Ach, ein Tier. Ein Hase, Katze, Mannes, Hund, Kax, Waschbär. Waschbär, stimmt. Ja. Ein Waschbär. Ist auch nicht sehr überträumend. Sechs Bilder, zwölf Punkte. Ah ja. Sechs Bilder, zwölf Punkte fürs Team Anziehungskraft. Das Team Ansage. Auch für euch 45 Sekunden. Und ich starte mit Dalli, Dalli. Kuchen. Ja, was für einer? Kugelopf. Kugelopf, stimmt's. Wasser. Pahl, Hai, Fisch. Delfin. Delfin, stimmt. Erdbeere, Kirsche. Tomaten, Paprika. Boxhandschuhe. Ja, genau. Äh, Jan. Ja. Schigalbohnen. Nee. Wer ist das? Ach, Christoph Wald. Ja, genau. Fast. Traktor. Bagger. Nee, so ein Gabischarfer. Gabischarfer. Stimmt. Raten Sie ruhig mit, meine Damen und Herren. Ein Tier, ein Luchs, ein Wildschwein. Wildschwein. Wildschwein, stimmt. Keks. Ein Topflappenholer. Besser gesagt, zwei Topflappen werden es gewesen. Das ist schwer. Es ist echt schwer. War schwer. Aber ihr habt es trotzdem super gemeistert. Auch sechs Fotos, heißt auch zwölf Punkte. Damit haben wir einen neuen Zwischenstand für das Team Anziehungskraft. Sind es 38 Punkte für das Team Ansage 49. Aber wir kommen jetzt zu einem Spiel, in dem man viele, viele Punkte machen kann. Wir spielen nämlich jetzt den Dalli-Dalli-Fragebogen. Naja, Dalli-Dalli-Fragebogen. Okay. Müssen wir wieder einfach machen. Ah, nein, in diesem Falle müsst ihr nicht anfangen. Bei diesem Spiel beginnt das führende Team. Das führende Team beginnt und das führende Team hat einen Vorteil. Sie dürfen sich die Kategorie aussuchen, aus der die Fragen kommen. Ich hätte für euch einmal zur Auswahl... Geschichte. Das... Philosophie. Geografie. Ja, es ist ähnlich. Die Kategorie Fußball hätte ich zur Auswahl. Oder die Kategorie Musik. Für was möchtet ihr euch entscheiden? Musik. Ihr nehmt Musik? Nee, die scheiße. Dann bekommt ihr die Kategorie Fußball im Anschluss. Ach du Scheiße. Ja. Ich darf euch... Thomas, Mariella, wir haben hier eine kleine Warteposition für euch. Und ihr dürft einmal Platz nehmen. Oh, nee. Oh, nee. Ich hab so eine Ahnung. Und dann... Soll ich Musik... Hoffentlich kennst du dich ein bisschen aus mit Musik? Ein bisschen. Oder der Fußball? Es ist mehr allgemein und weniger Spezialwissen, was abgefragt wird. Ja, ihr habt 100 Sekunden Zeit, die Fragen zu beantworten. Ich frage immer abwechselnd. Ich beginne bei Camilla. Ja, du kriegst die nächste Frage. Immer hin und her. Wenn ihr etwas nicht wisst, sagt ihr einfach weiter. Weiter. Dann geht es wieder zum anderen mit der nächsten Frage. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt und es leuchtet hinter euch ein Feld auf. 20 Felder wären das Maximum. 20 Punkte könntet ihr in dieser Runde erreichen. Seid ihr bereit? Dann starten wir den Fragebogen mit Dalli. Dalli, 100 Sekunden. Zu welcher Boy-Group gehörte Robbie Williams? Äh, äh, ähm, Dingets, take that. Take that, richtig. Richtig, wer gewann 2014 für Österreich den ESC? Gojita. Richtig, welcher Komponist schrieb die Serenade eine kleine Nachtmusik? Goethe. Mozart. Unter welchem Spitznamen ist der Rocksänger Bruce Springsteen bekannt? The Boss. Richtig, wie heißt der WM-Hit von Andreas Burani? Ein Hoch auf uns. Richtig, welches berühmte Sextet sang Mein kleiner grüner Kaktus? Die Medium, äh, Comedian Hammeritsch. Richtig, in welchem Musical rollen die Darsteller als Züge verkleidet durch ein Bochumer Theater? Ja, hier Express. Äh, sag mal, ja. Oder Weißer. Richtig, wie heißt die Hip-Hop-Band um Thomas D. und Smudo? Äh, die Fantastischen Vier. Richtig, wie viele Töne, ganze Töne umfasst eine Oktave? Vier. Acht, vor welcher Insel lag im Seemannslied ein Schiff mit der Pest an Bord? Madagaskar. Richtig, welcher Volksmusikstar veröffentlichte 2013 das Album mit freundlichen Grüßen? Äh, äh, ähm. Oder weiter sagen, wegen der Zeitung. Weiter, weiter. Heino wäre es gewesen. Von welchem Country-Singer handelt die Filmbiografie Walk the Line? Johnny Cash. Richtig, Pavarotti, Domingo und Carreras waren zusammen bekannt als die drei? Tönöre. Richtig, von welcher Band stammen die Songs Daddy Cool und Ma Baker? Äh, 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 von EM. Von EM, weiter. Darfst du dich vorsagen. Darfst du dich vorsagen, weiter. Wen fand Costa Codales irgendwo allein in Mexiko? Anita. Richtig, ein bekanntes Volkslied heißt kein schöner? Land in dieser Zeit. Richtig, welcher amerikanische Sänger macht den Moonwalk populär? Michael Jackson. Richtig, welches Legend... Applaus Da wart ihr bei 13, richtig die Antworten. Ist das gut? Ja, das ist nicht schlecht. Ach, kommt mal her. Sie sind der Meinung, das war... Wir wechseln einmal. Goethe sehr schön. Ja, Goethe. Ja, das ist aber so. Die Aufregung. Wenn man in Sachsen zu Hause ist, dann denkt man eher an Goethe als an Mozart. Möchtet ihr Platz nehmen? Was können wir tun, damit du das Thema änderst? Von Fußball in Fußball meinst du? Bitte, was anderes. Ich habe wirklich nichts. Okay, wir werden uns davon überzeugen. Das wird nicht so schlimm. Ich hätte noch das Thema Antike. Nein, Quatsch. Antike wäre super. Keiselbeschleunigung nehmen wir auch lieber. Atomphysik gibt es noch. Politikwissenschaften. Eigentlich kann er nicht alleine antworten. Du kannst ja immer weiter sagen. Ich sage wahrscheinlich immer weiter. Ja, ja, wir sagen weiter. Müssen wir abwechselnd antworten? Ja, abwechselnd. Achso, das hatte ich auch nicht. Es ist ja schön, dass wir es euch eben schon mal vorgespielt haben. Ich kann das sagen. Ich dachte, wir haben gemeinsam geantwortet. Nee, abwechselnd. Und Vorsagen ist nicht erlaubt. Ehrlich nicht. Ja, wird von unseren Schiedsrichtern gnadenlos bestraft und abgezogen. Thomas beginnt auch für euch 100 Sekunden. Das wird jetzt ein weiter Feuerwerk. Das prophezeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn jetzt die 20 Lichter hinter euch gleich leuchten. Okay. Ich bin froh, wenn eins leuchtet. Weiter. Okay, wir beginnen. Oliver K. Der Fragebogen. 100 Sekunden. Das Thema Fußball. 100 Sekunden. Dalli. Dalli. Welche deutsche Fußball-Ekende ist als der Kaiser bekannt? Der Herr Franz Beckmauer. Richtig. Wie viele Spieler stehen zu Beginn eines Bundesligaspiels auf dem Platz? 11 oder was? Insgesamt. Wie viele was? Wie viele was? Spieler. Wie viele Spieler? Sag weiter. 2. 22. Wer erzielt im WM-Finale 2014 das entscheidende Tor für Deutschland? Äh, welchen? Das Tor für Deutschland. Ja, Mario Götzschöp. Richtig. Welche spanische Mannschaft wird auch als die Königlichen bezeichnet? Äh, äh, die, die, äh, 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 äh. 2 für 2 weiter. Real Madrid. Unter welchem Trainer konnte der FC Bayern München 2013 das Triple gewinnen? Ach, äh, 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 Jupp Heynckes. Richtig. Welches Land ist mit 5 Titeln Rekordweltmeister? Ich lasse ihn weiter. Brasilien. Welcher Torwart wurde Deutschlands Fußballer des Jahres 2014? 2014? Äh, ja, Manuel Neuer. Richtig. Giovanni Trapattoni prägte den Ausspruch, schwach wie eine Flasche. Weiter. Leer. Welche Mannschaft ist 2014 erstmals in die erste Bundesliga aufgestiegen? Äh, pfff, keine Ahnung. Paderborn. Weiter. Wer wurde nach Hansi Flick Co-Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft? Wow, was für eine geile Frage. Weiter. Thomas Schneider. Mit welchem Ergebnis besiegte Deutschland Brasilien im EWM-Halbfinale? Äh, 7 zu 1. Richtig. Andi Möller wird der Satz zugeschrieben. Mailand oder Madrid? Hauptsache? Das wollte mich verarschen. Italien. Welcher Deutsche schoss 1996 das erste Golden Goal der Fußballgeschichte? Also bei mir auch. Ja, genau. Wie viele Spieler einer Mannschaft dürfen in einem Flickspiel ausgewechselt werden? Ja, das war's. Sprechst du? Mariella. Mariella, Mariella. Mariella, genieß es. Das ist nur für dich und es ist kein Mitleidspunkt. Ja, Sie sind der Meinung, das war's. Aber wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Weißt du, wir haben dir jetzt ja ein bisschen was vermittelt. Camilla, Werner kommt dazu. Ach nee. Fußball. Gott, mein Vater wird sich ja zu Tode schämen. Ja, das könnte sein. Es wäre eben noch die Frage gekommen, was machen die Spieler, wenn der Schiedsrichter nicht feucht? Sie spielen? Weiter. Weiter. Schade, dass du so weit nicht gekommen bist. Ja, wir gucken mal auf die Punkte. Ich hab's geschafft. Wir haben für das Team Anziehungskraft langsam, aber stetige 45 Punkte. Sieben waren es eben in dem Spiel, jetzt sind es 45 insgesamt. Fürs Team Ansage waren es 14 vom Fragebogen. Damit sind Sie jetzt insgesamt bei 63 Punkten. Jawohl. Da ist ja noch alles offen. Es ist doch alles offen, weil wir jetzt ja noch ein zweites Aktionsspiel haben und ein ganz wunderbares. Ich liebe dieses Spiel. Wir spielen jetzt mit euch Hout Couture. Hout Couture. Hier muss man gut hinhören. Hout Couture. Kommt ihr mit? Hüte sind ja in dieser Saison der letzte Schrei. Hüte sind der letzte Schrei und wir haben hier für euch eine ganz besondere Dalli-Dalli-Hutmodenschau organisiert. Und natürlich läuft die nach etwas anderen, nach unseren eigenen Regeln ab. Ihr seht unseren vollautomatischen Hut-Anreiche-Roboter mit zwei Armen. Der legt den Hut dort hinten ab. Ihr werdet versuchen, mit einem gekunnten Purzelbaum den Kopf in den Hut zu stecken. Mit dem Purzelbaum hier vorne auf die Füße zu kommen. Lauft hier nach vorne mit dem Hut auf den Kopf. Drückt hier drauf. Ich zeige euch einmal, was wir vorhaben, damit ihr eine Idee habt. Genau. Also, hier hinten Anlauf nehmen. Hier rein, ja? So, nach vorne. Und Foto machen. Und jedes Foto, was von euch entsteht, mit einem Hut auf den Kopf, das wird gezählt. Okay. Wenn es runterfällt. Wenn es runterfällt. Weiterlaufen, nächsten Hut holen. Wieder nach hinten. Was ist das für eine Hutgröße? Das ist eine Uni-Sex-Hutgröße. Passt jedem. Jan, kannst du noch mal die Regeln? Gerne. Bei unserem Spiel Hut Couture haben die Spieler 60 Sekunden Zeit, möglichst viele Hüte durch Purzelbäume aufzunehmen. Die Hüte dürfen nicht mit der Hand aufgenommen werden. Und für jedes Foto, und jetzt kommt es, mit korrekt angezogenem Hut gibt es einen Punkt. Genau so sieht es aus. Und dann wird es wieder abgenommen. Wenn ihr hier vorne das Foto gemacht habt, schmeißt ihr den Hut irgendwo hin, lauft wieder nach hinten und holt den nächsten. Wir fangen an. Diesmal fangen die anderen an. Hanni Borken ist jetzt ein bisschen traurig, weil das Spiel hätte er gerne gespielt, das weiß ich. Wie sitzen wir jetzt? Ihr dürft euch da drüben hinsetzen. Guck mal, wir haben da zwei Plätze für euch. Werner, wie ist du mit dem Sport? Ja gut, lauft jeden Tag alles fit. Ja, du siehst auch fit aus, muss man auch sagen. Also wirklich, Putzebaum und so, müssen wir uns keine Sorgen machen. Nö. Nö. Gut. Ich habe nur einen dickeren Kopf. Ich weiß nicht. Ja, ja, nee, aber die sind wirklich, die sind wirklich, du musst dich noch warm machen. So, pass auf. Carmina, ich würde mal vorschlagen, du bleibst bei mir vorne. Ja. Und Werner, du beginnst hier hinten. Okay. Und sobald er hier durch ist, fange ich an. An die Matte stellen. Wenn ich Dalli Dalli sage, Werner, dann geht's los. Kai, wann fange ich an? Wann renne ich los? Wenn ich Dalli Dalli sage, rennst du nach hinten. Aha. Und dann stehe ich da schon da. Ja, aber zeig dich so lange von vorne. Aha. Sieht schöner aus. Bist du bereit, Werner? Hut Couture, 60 Sekunden. Dalli Dalli. Oh, oh. Nächste Punkt. Werner, nochmal zurück. Gleich wieder hinter. Ja, Carmilla, das sieht gut aus. Mach du das. So, Werner, den Kopf rein, genau. Ja, und nach vorne. Ich bin mal hier. Alles gut? Du bleibst die Schuhe, ja. Ja, also. Ich passe mal auf, dass hier nichts passiert. Sehr gut. Oh. Schnell, schnell, schnell. Gleich. Weg, nicht. Sehr gut, Carmilla. Das ist 1A. So, erst den Kopf richtig reinstecken. Ja. Ah. Das geht mit dem Kopf bei dir nicht so gut, Werner. Ich weiß nicht, woran es liegt. Dafür macht Carmilla immer fast einen Handstand in dem Hut. So, jetzt nochmal. Kopf rein. Ah, du kriegst den Scheißhut nicht rein. Du kriegst den Hut nicht auf. Glaube der Letzte. Oh, 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 oh. Werner, das war super. Das müssen wir nochmal überprüfen. Ich weiß nicht, was los wird. Guck mal. Den hatte ich auch nicht gehabt. Den hast du nicht gehabt, du hast immer nur die Kleinen gehabt, aber dabei sind die alle eine Größe. Scheiße. Guck mal hier, sensationelle Bilder, Carmilla. Ah, das war, das ist ja perfekt. Das ist wirklich, das ist schwer, wirklich. Das macht man nicht Spaß. Das ist nicht einfach, natürlich nicht. Du musst wirklich Anlauf nehmen. Wow. Aber wenn du das nicht schaffst, dann. So, jetzt gucken wir aber mal, wie viele Bilder ihr gemacht habt. Wir schauen mal drauf, Werner. Guck mal, wir können das mal, hier, Werner, eins hast du beigesteuert, Nummer zwei. Können wir uns mal groß angucken. Brr. Oh, 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 oh. Hast du tief Luft geholt, aber Carmilla hat dafür umso schöner gepostet. Schauen wir mal auf die vier. Wow. Oh, professionell. Also, wir haben die Punkte für euch gezählt und jetzt kommt ihr dran. Das ist jetzt nochmal die Chance. Jetzt könnt ihr nochmal hier. Wir müssen nur 27 mehr Hüte. 27 Hüte, das schaffen wir mit dir zusammen. Das muss doch gehen. Das muss doch gehen. Also, ihr dürft euch einen Moment ausruhen. Thomas Marielle, auch für euch 60 Sekunden und das Spiel startet mit Dalli. Das sah super aus. Gut weg. Sehr gut, Mariela. Auf den. Mariela, du musst auf den Knopf. Es war jetzt zu spät. Scheiße. Auf den Knopf. Weg. Ja. Jetzt wird es schwierig. Es macht das Spiel nicht ungefährlicher, dass die beiden so nah beieinander sind. Das einzige, was glaube ich nicht geht, Hände weg, Thomas, ist mit zwei Köpfen in einem Hut. Und ihr habt noch 15. Weiter. Ihr seid sehr gut unterwegs. Ah, Thomas, hinterher wieder. Komm, da geht noch was. Und Mariela, komm ins Sport. Oh, 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 oh. Ein Arzt, ein Arzt. Es ist ein Arzt im Saal. Wir waren schon schwindlig. Geht's? Es ging zu schnell. Wir waren schwindlig. Aber es ist gut. Alles gut. Ach. Nein, alles gut. Alles gut. Sehr gut. Prima. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, weil du ja ganz kurzfristig gerade nah an der Ohnmacht. Unser Publikum war so begeistert, so unglaublich, was ihr hier gerade gezeigt habt. Ja, den Hut hast du auch noch auf. Sie waren der Meinung, das war Witze. Das gibt noch einen extra Punkt oben drauf, aber wir müssen erst mal gucken, wie viele Bilder wir von euch denn so sammeln konnten. Ach, sind das Bilder. Der erste war komisch. Das war der erste. Oh, da haben wir dich noch beim Schummeln erwischt, Thomas. Na ja, Schummeln, der war zu klein. Ich sage dir aber auch wirklich schlecht, das sind Sachen. Ist ja für einen guten Zweck, ja. Guck, also ich sehe hier zwölf Bilder. Zwölf. Zwölf, ja. Wir gucken mal auf die sieben. Die sieben sieht sehr vielversprechend aus. Ja, voller Bewegung. Bei einem bist du einfach vorbeigerannt, habe ich gesehen. Ja, ich habe es vergessen. Und guck mal, wir haben bestimmt noch einen super Schuss von Thomas auch, ne? Vielleicht die sechs. Bist du das, Thomas? Ich glaube, ja. Ja. Auch dieses Leopardenmuster ist sensationell. Super Geschichte. Camilla und Bernhard, wir gucken mal auf den Endstand Runde 2. Debbie und Jan, wie sieht es aus? Die Anziehungskraft hat es auf 58 Punkte gebracht. 58 Punkte für das Team Anziehungskraft. Und das Team Ansage, Camilla, Senior und Werner Schulze-Erdl haben? Das Team Ansage hat 68 Punkte. Das heißt, Camilla und Werner, sehen wir im Großen Finale wieder. Und euch sage ich ganz herzlich vielen Dank. Auch eure Punkte kommen natürlich mit in den Großen Topf. Und wir sehen uns am Ende der Sendung wieder. Und dann wissen wir, wie viel Geld wir heute an die Hans-Rosenthal-Stiftung übergeben. Dankeschön an Maria Lahrens und Thomas Heinzel. Sehr toll. Vielen Dank. Oh, Junge. Camilla und Werner, ihr dürft Platz nehmen. Ja. So, die beiden nehmen Platz. Das Team Ansage. Jo, wer das für die gewinnt, Brustelbaum, gell? Oh, Scheiße. Jetzt. Gegen das Team Aufschlag im Großen Dalli-Dalli-Finale. Es wird nicht weniger anspruchsvoll. Also, das Team Aufschlag beginnt. Es ist ein Assoziationsspiel. Auch hier geht es natürlich wieder um Tempo. Es ist das wunderbare Spiel, wenn ich an Punkt, Punkt denke, dann denke ich an Punkt, Punkt, Punkt. Natürlich. Ja? Ungefähre Vorstellung? Ja, da kann ich mir einiges vorstellen. Also, ich gebe mal ein Beispiel. Ich gebe jetzt vor das Wort Liebe. Ja. Dann sagst du, wenn ich an Liebe denke, dann denke ich an... Mich. Zum Beispiel. Ja? So, und dann sagt Sabine, wenn ich an mich denke, denke ich an... Tennis. Tennis. Und dann sagst du... Wenn ich an Tennis denke... Okay, ich merke, ihr habt das Prinzip verstanden. So funktioniert es. Denke ich an Liebe. Alles klar. Das geht leider nicht. Das Wort darf sich nicht doppelt. Genau. Keine doppelte Antwort. Natürlich. Deswegen habe ich es ja nochmal falsch gemacht. Also, 45 Sekunden für euch. Und das erste Wort... Oliver beginnt. Das erste Wort ist... Kartoffelbrei. Dalli, Dalli. Wenn ich an Kartoffelbrei denke, denke ich an Essen. Wenn ich an Essen denke, denke ich an Tennis. Wenn ich an Tennis denke, denke ich an Sabine. Wenn ich an Sabine denke, denke ich an dich. Wenn ich an dich denke, denke ich an meine Ex. Wenn ich an meine Ex denke, dann denke ich an ein Kleid. Wenn ich an ein Kleid denke, denke ich an Heidi Klum. Wenn ich an Heidi Klum denke, denke ich an Models. Wenn ich an Models denke, denke ich ans Kotzen. Wenn ich ans Kotzen denke, denke ich an schlechter Essen. Wenn ich an schlecht Essen denke, denke ich an Burger King. Wenn ich an Burger King denke, denke ich an Rind. Wenn ich an Rind denke, denke ich an Furz. Wenn ich an Furz denke, denke ich an Hose. Wenn ich an Hose denke, denke ich an... Aber lieber Kai... Irgendwie war ich gerade erleichtert, dass die 45 Sekunden vorbei waren. Aber meine Damen und Herren, das ist Ihre Meinung. Sie haben gesagt, Sie sind der Meinung, das war... Trotz allem hätte ich schon gerne gewusst, was er denkt, wenn er an Hose denkt. Mir ist nichts eingefallen. Mir ist da einiges eingefallen, an was ich an Hose denke. Wenn ich an Hose denke, denke ich an Freiraum. Denke ich an bunten Taten. Okay, das waren 14. Plus eins. Plus eins, alle 14 können wir gelten lassen. Sehr gut. 14 plus eins, 15 Punkte für euch. Kamilla und Werner, auch für euch 45 Sekunden und das gleiche Prinzip. Wenn ich an Punkt, Punkt, Punkt denke, denke ich an Punkt, Punkt, Punkt. Und bei euch geht es um das Wort Rotwein. 45 Sekunden. Dalli, Dalli. Wenn ich an Rotwein denke, denke ich an gutes Essen. Wenn ich an gutes Essen, denke, dann denke ich an dich. Wenn ich an dich denke, dann denke ich an Fernsehduell. Wenn ich an es Familie-Fernsehduell denke, dann denke ich an die vielen Kandidaten. Wenn ich an die Kandidaten denke, dann denke ich an Dalli Dalli. Wenn ich an Dalli Dalli denke, denke ich an Kai Pflaume. Wenn ich an Kai Pflaume denke, dann denke ich an Leipzig. Wenn ich an Leipzig denke, denke ich an Völkerschlachtdenkmal. Wenn ich ans Völkerschlachtdenkmal denke, dann denke ich an Oh ist das hoch. Wenn ich an Oh ist das hoch denke, dann denke ich an den Eiffelturm. Wenn ich an den Eiffelturm denke, dann denke ich an Das ist Liebe. Wenn ich an Das ist Liebe denke, denke ich an Paris. Wenn ich an Paris denke, dann denke ich an schöne Schuhe. Wenn ich an schöne Schuhe denke, denke ich, oh Gott. Sie sind der Meinung, das war es. Ihr hättet gerade das Unmögliche schaffen können und hättet die Denkkette mit dem Wort beenden können, mit dem sie angefangen hat. Wenn ich an Paris denke, denke ich an Rotwein. Hätten wir abziehen müssen, aber wäre schön gewesen. Kennst du das? Schuhe kaufen, oh Gott. Ich habe gerade den Stein von ihrem Herzen fallen hören, als sie merkte, dass sie auf oh Gott nicht antworten musste. Das waren ebenfalls 14, Plusspitze macht auch für euch 15. Es ergibt sich jetzt insofern schon ein spannender Zwischenstand, dass ihr ja eure Punkte aus der Vorrunde mitgenommen habt ins Finale. Da addieren wir jetzt die Punkte, die im Finale erspielt werden, obendrauf. Das heißt, momentan steht es zwischen dem Team Aufschlag und dem Team Ansage. Wie folgt? Das Team Aufschlag hat 93 Punkte. Und für das Team Ansage sind es 83 Punkte. Aber im Finale ist sowieso bis zum Schluss alles offen, denn unser letztes Spiel, was wir spielen, da werden ja alle Punkte dann multipliziert mit den Punkten, die ihr bis dahin erspielt habt. Insofern, da könnt ihr sowieso alles noch auf den Kopf stellen. Aber bis wir zu diesem letzten großen Spiel kommen, spielen wir jetzt noch ein wunderbares neues Fotospiel. Und das heißt, wer fehlt auf diesem Bild? Wir zeigen euch jetzt hier Fotos und eine Person oder eine Figur fehlt auf diesen Fotos. Und die gilt es zu benennen. Die müsst ihr mir sagen, für jede richtig benannte Figur oder Person gibt es einen Punkt. Seid ihr bereit? Ja, wir fangen an, ne? Wer fehlt auf diesem Bild? 45 Sekunden. Dalli, Dalli! Marielle! Marielle? Ariel. Ariel, ja. Ah, äh... Charles! Prince Charles, ja. Dingens hier. John Travolta. Ja. George Clooney. Ja. Max und Moritz. Ja, Moritz Fields. David Garrett. David Garrett. Tabaluga. Tabaluga, bitte. Richtig. Äh, was ist das? Die Frau, äh... Agneta, nee, nicht Agneta. Mette Marietz. Mette Marietz, stimmt's. Mette Marietz. Udo Lindenberg. Stimmt auch. Äh, äh... Ja. Ja. Ah, hier. Ja! 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 Aber das waren 10, 10 Punkte für euch. Fürs Team Ansage. Das Team Aufschlag zieht jetzt nach. Auch für euch. 45 Sekunden. Wer oder was fehlt auf diesen Bildern. Dalli, Dalli! Biene Meier. Ja! Charlize... Äh... Äh... Mette... Wie heißt sie denn? Ja, die andere. Genau. Batman. Richtig. Ähm... Bill Clinton. Ja! Wumm! Und Wendelin. Wendelin, genau. Einer von den beiden. Äh... Mick Jagger. Richtig. Äh... Äh... Keine Ahnung. Marianne und... Ariane... Michael. Aber alt geworden. Charlie Chaplin. Ja! Chaplin. Äh... Bibi Foxberg. Richtig. Ähm... Der Gockel. Der Hahn wär's gewesen. Der Hahn-Gockel. Der Hahn-Gockel. Der Hahn-Gockel. Der Hahn war's gewesen. Den auch. Ihr haltet es bis zum Schluss spannend, auch in diesem Spiel. Zehn Punkte jeweils für die Teams und damit der letzte Zwischenstand vom großen Finalspiel. Ja, einen müssen wir leider abziehen, weil Charlene hieß die Dame in Monaco. Die müssen wir streichen. Ja, und wir schauen auf die Zwischensumme. Wir haben das Team Aufschlag mit 102 Punkten inzwischen. Sehr geehrte Damen und Herren. Und das Team Ansage mit 93 Punkten. Und ich kann euch sagen, wir befinden uns da in einem sehr guten Bereich. Denn alles, was jetzt ja noch dazu kommt, wird multipliziert. Und das lässt schon mal darauf schließen, dass wir heute eine ordentliche Spendensumme am Ende der Sendung weitergeben können an die Hans-Rosenthal-Stiftung. Aber jetzt kommen wir zum letzten großen Spiel. Das große letzte Finalspiel. Komm mit. Das große letzte Finalspiel. Ach du liebe Zeit. Das heißt, was es ist. Es geht um die menschliche Uhr. Das heißt, hier müsst ihr als Team perfekt funktionieren. Einer von beiden ist die menschliche Uhr. Heute geht es darum, dass dieser eine aus dem Team sich hier an diese Ringe hängt. Und solange der eine aus dem Team an den Ringen hängt, kann der andere Fragen beantworten. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es fünf Punkte. Wenn der eine, der an den Ringen hängt, loslässt, ist das Spiel zu Ende. Deswegen die menschliche Uhr. Das führende Team beginnt, das seid ihr. Das heißt, ihr müsst euch zuerst mal zu einer kurzen Beratung zurückziehen. Wer an die Ringe geht und wer die Fragen beantwortet. In der Zwischenzeit dürft ihr auf der Warteposition platzen. Ich würde gerne den Joker nehmen, Fabian Hambüchen. Ich glaube, ich beantworte die Fragen und Sabine hängt sich rein. Hängt sich rein mit den Händen. Ich hoffe mal, wir haben genug Fragen. Werden wir sehen. Wann war das letzte Krafttraining? Ich komme aus dem Urlaub, das ist ja das Schlimme. Machst du da keinen Sport, kein Training im Urlaub? Neun Tage, einmal im Jahr nicht. Ach Quatsch, nügt doch nicht. Der hat ganz schön trainiert. Jeden Morgen in der Muckibude. Sabine, du kannst schon mal auf Ausgangsposition gehen. Wir haben hier ein bisschen Magnesium vorbereitet für die Hände. Du kannst dich hier auf diesen Würfel stellen. Komm ich da dran? Das hoffe ich. Du nimmst dann die Ringe in die Hand. Ring ab. Ja. Ja. In dem Moment, wo wir den Würfel wegziehen, starten wir mit der ersten Frage. Du stehst da super. Ah, hier? Ja. So können wir auch auf Augenhöhe agieren. Das ist schön. Wenn es um Niveau geht, würde ich gerne wieder einen runter gehen. Aber gut, ich bleib hier. Sabine ist bereit? Ja. Okay. Dann starten wir das letzte große Finalspiel für euch mit Dalli. Dalli. Eine Redensaat lautet, Hochmut kommt vor dem? Fall. Mit welcher Währung zahlte man Italien vor der Euro-Einführung? Richtig. Wie viele Buchstaben stehen auf einem Stoppschild? Vier. Richtig. Sissi war Kaiserin von? Österreich. Ja. Wie heißt das sprechende Auto in der Fernsehserie Nightrider? Kit. Richtig. Wo im menschlichen Körper befindet sich das Kreuzband? Im Knie. Richtig. Welchen Papstnamen trug Karol Voltila? Äh, Papst Johannes Paul. Der? Johannes Paul II. Richtig. Der Satz des Pythagoras lautet A² plus B² gleich? Gleich C². Richtig. Was ist die Amtssprache in Brasilien? Portugiesisch. Richtig. Wer komponierte die Opern La Traviata und Aida? Das war doch der eine. Ähm. Wer weiter? Weiter. Verdi. Scheiße. Von welchem Sänger ließ sich Heidi Klum 2014 sein? Ziel. Ja. Wer schrieb das Kinderbuch Oh wie schön ist Panama? Ähm. Hier der Janosch geschrieben hat. Janosch. Genau. Am 11. Welches Monat wird der Martinstag begangen? Ähm. November. Richtig. Wie viele Jahre sind ein Millenium? Tausend. Richtig. In welchem Bundesland liegt die Oberpfalz? Ähm. Rheinlandpfalz. Nein, Bayern. Welcher französische Kaiser wurde ins Exil nach Elba verbannt? Das kann nur Napoleon gewesen sein. Richtig. Welche Sportart ist auch unter der Bezeichnung Federball bekannt? Badminton. Richtig. In welchem Ozean liegt die Insel Mauritius? Äh. Im Indischen. Ja. Laut Filmfigur Forrest Gump ist das Leben wie eine Schachtel? Praline. Richtig. Wer ist das Oberhaupt des Tibetischen Buddhismus? Ähm. Ähm. Dalai Lama. Richtig. Wie heißt die Hauptstadt von Ungarn? Budapest. Richtig. Von welchem Musiker stammt die Ballade Candle in the Wind? Äh. Elton John. Richtig. Welcher Fluss mündet bei Koblenz in den Rhein? Äh. Der Main. Andy Mosel. Wie heißt das schwerste Säugetier der Welt? Ähm. Tine Wittler. Blauwahl. Ah. Fuck. In welcher Sportart treten die Hamburg Freezers gegen die Eisbären? Weißhockey. Richtig. Welcher Regisseur trete die Filme der Stadtneurotiker in Manhattan? Judy Elm. Ja. Mit welcher? Wir kommen gleich zu den Details. Aber Sie sind der Meinung. Das war. Richtig. Unglaublich. Ähm. Wie lange war das? Wie lange war das? Eine gute Frage. Zwei Minuten. Zwei. Vier. Zwei Minuten. Null. Vier. Ja. Und. Es waren, Jan, wie viele richtige Antworten? Es waren, äh, 22 richtige Antworten plus ein Spitzepunkt. Also, 22 richtige Antworten plus ein Spitzepunkt. Heißt mal fünf, weil jede richtige Antwort ja fünf Punkte. Das, äh, wird, glaube ich, ein Super. Vor allem mit dem Säugetier war falsch, ne? War Keimund, glaube ich, oder? Mist! Ah, knapp, dann nehmen wir es auch vorbei. Okay, wir tauschen einmal. Ich bin sehr gespannt, wie sich unser Team Ansage aufteilt. Applaus. Also, zwei Minuten schaffe ich nicht. Werner, du hängst? Nee. Du gehst? Aber ich schaffe keine zwei Minuten. Kamila, das steckte so viel in dir. Ich mach ganz schnell. Du hast jetzt einmal in deinem Leben, ja? Die Chance zu zeigen, was ich... Nein, 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 ich wollte auch etwas ganz anderes sagen. Weil im Tennis wird es dir wahrscheinlich nie gelingen. Aber du könntest jetzt Sabine Lisicki schlagen. Ja. Das glaube ich nicht, aber... Aber man muss ja eine Motivation haben. Ich gebe einfach mein Bestes. Ja, genau. Ganz toll. Ja, okay. Also, dann gehst du nach oben. Viel Glück. Ja. Lass mich nicht hängen. Ich lass dich nicht hängen. Oh Gott. Ich lass dich nicht hängen. Schönes Wortspiel. Applaus Hast du mal Ton da drin? Ich muss mich ein bisschen vorbereiten. Ja, ja, ja. Aber ist ein bisschen viel, gell, oder? Hast du irgendwann mal geturnt oder so? Ja, als ich fünf, sechs Jahre alt war. Geräte turnen. Ah, okay. Alles aber gut. Aber das ist schon sehr, sehr lange her. Dann sind wir noch nicht so weit weg. Dann hast du noch Zeit, das ist langsam. Danke, Kai. Moment. Im Moment noch die Balance halten. Weil erst, wenn ich sage, es geht los, dann wird... Du brauchst dich noch nicht hängen. Nochmal führst du runter. Ja, wir ziehen dir gleich die Stehhilfe weg. Und dann geht's jetzt. Soll ich auch hoch? Ja, nur ist gut hoch. Ja. Bist du bereit? Ja. Werner bereit? Dann auch für euch. Start fürs letzte große Finalspiel. Dalli. 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 Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das? Dings. Kenn ich nicht. Gericht. Mondgesicht. Wer wurde 2012 zum deutschen Bundespräsidenten gewählt? Gauck. Richtig. Als Kiwis bezeichnet man die Einwohner von? Neuseeland. Richtig. Mit wem ist Steffi Graf seit 2001 verheiratet? André... Ach, wie heißt er denn nochmal? Mit der Glatze. Weiter. André Ergassi. Alles hier. Wie heißt die Kölschrock-Band um Wolfgang Niedecken? Bab. Richtig. Wie viel kostet eine Briefmarke für einen deutschen Standardbrief? Ich glaube 60 Cent. Richtig. Cent. Richtig. In der Bibel heißt es, geben ist seliger als? Nehmen. Richtig. An der Spitze welcher Sportorganisation steht Sepp Blattler? Äh, FIFA. Richtig. Welche Form hat das Verkehrszeichen Vorfahrtgewehren? So ein Dreieck, ne? Richtig. Welcher schiffsbrüchige Romanheld trifft auf einer Insel den eingeborenen Freitag? Robinson. Richtig. Welches Spielerparadies liegt in der Wüste des US? Las Vegas. Ja, richtig. Mit welcher Währung zahlt man in der Schweiz? Äh, mit Franken. Richtig. Alexander Gerst reiste 2014 zur Raumstation? Raumstation, der Russen. Ja. Richtig. Aus welcher Sportart stammen die Begriffe Eagle, Birdie und Paar? Ja, Golf. Ja, natürlich. In welcher Himmelsrichtung geht die Sonne unter? Äh, im Osten. Nein, im Westen. Im Westen. Ja. Welchen europäischen Staat teilen sich Flamen und Wallonen? Benjen. Richtig. Wer schrieb das Drama Nathan der Weise? Äh, Lessing. Richtig. Wie heißt eine griechische Vorspeise? Tera. Oh. Oh. Pamela. Oh. 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 Ja, sorry. Sorry. Nein, du hast dich toll geschlagen. Ja. Wir müssen natürlich festhalten, da gibt es einen Unterschied zwischen Leistungssport und Breitensport. Ja. Also ich glaube, das war eine tolle Leistung. Überhaupt, dass die beiden Frauen das machen müssen. Ja. Großes Kompliment. Irgendwann geht es dann wirklich nicht mehr. Irgendwann kann man nicht mehr halten. Tut das weh. Aber Werner hat sich auch nicht so schlecht geschlagen. Ähm. Wie viele richtige Antworten waren es? Oh, es waren immerhin 14 richtige Antworten. 14 richtige Antworten. In einer Minute. So, in einer Minute. Ja. Werner musste sich natürlich ein bisschen an die Fragestellungen gewöhnen, ne? Ja. Leichter wäre es ihm gefallen, wenn ich gesagt hätte, wir haben 100 Leute befragt. Ja? Wo geht die Sonne unter? Bei ihm? Du bist so fokussiert. Ich habe immer die Arme dahin gesagt. Für mich. Die hingen für mich am Kreuz... Ne, am... So, wir gucken mal auf den Punktestand. Alle richtigen Antworten. Die Anzahl der richtigen Antworten mit 5 multipliziert. Auf welchen Endpunktestand kommen wir bei unseren beiden Teams? Wir kommen beim Team Aufschlag auf einen Endstand von 11.730 Punkten. Boah. Das seid ihr? Ja, okay, ja. Toll. Und das Team Ansage? Das Team Ansage kommt auf einen Endpunktestand von 6.510 Punkten. Und damit ist klar, das Siegerteam, der heute die Sendung ist, das Team Aufschlag mit 1,520 Punkten. Wir sagen Ihnen, äh, wir sind hier und Oliver Pocher. Dankeschön. Na kommst, wir beiden. Um mal ein bisschen Gefühl da reinzubringen in die Nummer, ne. So, also ihr habt euch super geschlagen, aber ihr auch. Natürlich, ihr dürft auch gratulieren. In der Zwischenzeit rechnen wir weiter, weil jetzt rechnen wir ja alle Punkte zusammen, die alle unsere Teams heute erspielt haben, um dann gleich auf einen fantastischen Endpunktestand zu kommen. Pina und Andi kommt dazu und Mariella und Thomas natürlich auch. So, was ist der Endpunktestand der heutigen Sendung? Der Endpunktestand ist ein sensationelles Ergebnis. 18.372 Punkte. 18.372 Punkte, macht 18.372 Euro, die ihr uns heute hier mit viel Spaß zusammengespielt habt. Und ihr wisst, alles was an Geld in dieser Sendung erspielt wird, geht über die Hans-Rosenthal-Stiftung an eine Familie, die unverschuldet in Not geraten ist. Ich darf auch in der schönen Tradition sagen, an welche Familie dieses Geld geht. Das Geld geht heute an eine vierköpfige Familie aus Nordrhein-Westfalen, meine Damen und Herren. Beide Söhne leiden unter einer chronischen Nierenerkrankung und bekamen schon zum zweiten Mal Spendernieren verpflanzt. Bei einem der Söhne hat der Körper jedoch aggressive Antikörper gebildet, die man durch eine neuartige Therapie versucht unter Kontrolle zu bringen. Die ständigen Eingriffe sind natürlich für das Immunsystem extrem belastend, so dass man große Sorge auch für Bakterien haben muss. Deswegen müssen Menschenansammlungen gemieden werden, genauso wie öffentliche Verkehrsmittel. Mit dem Geld soll für die Familie jetzt ein Auto angeschafft werden, was ihnen dann ermöglicht, den Sohn jeweils zur Therapie zu bringen, sodass er möglichst bald dann hoffentlich wieder gesund ist. Also herzlichen Dank an euch, alles Gute an die Familie nach Nordrhein-Westfalen und natürlich danke an alle, die heute mitgespielt haben. Ich beginne mal zu meiner Linken, Pina Atalay, Oliver Pocher, Andi Borg, Sabine Lisicki, Camilla Senjo, Werner-Schutz-Erde, Marie-Larenz, Thomas Heinze und danke auch an unser Schiedsrichter-Team, an Deborah Rosenthal und an Jan Hofer. Und wenn ich sage, wir sagen danke, dann meine ich natürlich alle hier im Raume und dazu gehört auch Ihr Kai Pflaume. Vielen Dank, wir sind der Meinung, Sie waren Spitze! Vielen Dank und einen schönen Abend, wir sehen uns am kommenden Donnerstag wieder. Tschüss, machen Sie es gut! Tschüss! 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 Tschüss!